Das ist die Berne wie früher beim Kainantell. Aber nur die, ich glaube die Oberschenkel machen so belauntes. Und sie draht eben ein bisschen mehr ein wie beim Kainantell. Merkst du es? Die Oberschenkel gibt mehr Druck, gell? Wie beim Kainantell. Weil da liegt der Holm schon auf dem Ruckl hinten. Jetzt glaube ich das Schrein hinten. Hast du auch nicht das Gefühl von der Verspannung her oder was? Glaub ich nicht, oder? Oder kannst du mal reinschauen in meiner Homepage und dann kannst du schauen wie das Ergermotion geht. Wie du eins zu Tamm und Warten. Habe ich reingegeben. Wieder Jan-Ul, ich sehe Stahls an die Oberschenkel der Rechte. Nicht arg. Wieder Jan-Ul, ich sehe Stahls an die Oberschenkel. Und dann geht's gar nichts, gell? Nur die Knauchhülle. Und unser Schnörler, das fasst uns noch besser geht's dann. und dann geht's gar nicht nach. Stahl.